Guten Morgen von ITEA am Meer in Delphi. Heute werden wir eine Verkostung von Olivenel am 2000 Meter machen, in Mont Parnassius. Wo genau es ist, es ist dort oben. Jetzt fahren wir Richtung Delphi. Wir sind im Olivenhain von Delphi. Wir sind in der Boutique Mair des Olivier und nehmen das Olivenel für die Verkostung. Heute sind wir am 2300 Meter im Parnassius und wir werden Parnassius-Siegebiet. Wir werden eine Verkostung hier machen. Bitte. Danke. Vielleicht schmeckt es besser an 2300 Meter. Es ist immer interessant zu verändern. Es ist ein sehr schönes Ort. Es ist immer interessant zu verändern. Es ist ein sehr schönes Ort. Es ist eine Verkostung. Es ist immer eine Verkostung. Die Verkostung. Die Verkostung. Die Verkostung. Die Verkostung. Die Verkostung. Die Verkostung. Es ist immer eine Verkostung. Hallo, MPD Video! Hans Kier?